oh leute leute nein greift doch an ich kann nichts mehr machen ich drücke alle tasten alter was ist das denn damit sollte ich jetzt eigentlich das ding machen wahrscheinlich ich verstehe ich verstehe gehen wir erst hier unten lang ich möchte eigentlich schon gerne da unten einmal lang ach komm kurz ein abstrich oh mein gott da waren wir ja schon das kann ich kann ich auch da lang und ja nice geil ein fragment einer energiezelle da war ich jetzt kommt hier unten der scheiß geht da auch noch weiter runter er kann ich echt was ist denn bei denen los da oh oh hey Hey! Zeit doch mal auf hier. Da. Du kommst da hin. Und... BAM! Oh! Ah! Spuckt das jetzt noch mehr Scheiße aus? Oh, Fragment. Geil, Leute, geil. Und Schalter umlegen. Ach, guck mal, es geht beide Richtungen so. Ist wieder so ein Side-Scheiß. Oh, fuck, 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 fuck. Komm her! Scheiß Pflegevieh. Hey! Was ist mit dem? Aua! Ja, jetzt auf einmal, ne? Alles kann man ein bisschen abusen, habe ich so das Gefühl. Mit Triple Jump und dem Ranziehen ist das schon alles sehr OP. Okay. Das sind zwar richtig geile Features. Naja, keine Frage, aber... Ich weiß nicht. Ein bisschen overpowered, der ganze Shit hier. Nein! Oder, ich brauche euch mal. Danke. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ah ja, nach links. Oh, das wäre ja beinahe schiefgegangen. Ich müsste ja hoch. Dieser speichert der hier gleich zweimal. Macht mir doch schon wieder Kummer hier. Oh, mein Gott.